Ich war altersweitsichtig, in der Nähe habe ich nichts mehr gesehen, also nichts mehr. Und das hat mich extrem gestört. Ich wollte nicht dauernd eine Brille aufsetzen. Also ich muss sagen, ich war überhaupt nicht nervös. Ich glaube, ich bin reingegangen und während ich wieder raus, das waren 20 Minuten, Schmerzen überhaupt keine. Es war nur extrem unangenehm, weil man in das Licht schauen musste. Und das ist für mich unangenehm, aber ansonsten, jederzeit wieder. Ich habe es jetzt nicht versucht, weil ich ja 24 Stunden die Augen zumachen sollte, aber danach habe ich sofort besser gesehen. Ja, noch nicht ganz, das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich bin auch immer dabei, also es bessert sich noch, aber es war super. Auf jeden Fall habe ich schon einigen weiterempfohlen. Ich glaube, es sind auch schon Termine gemacht worden. Ich glaube, es ist ein bisschen gedauert. 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 Ich glaube, es ist ein bisschen gedauert.